Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, für viele Menschen sind Kinder ein wesentlicher Teil ihrer Sehnsucht und Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Deutsche Ethikrat nennt die Geburt eines Kindes die biologische Manifestation der Gemeinsamkeit. Die Geburt der Kinder ist wohl eine der emotionalsten Erfahrungen, die ein Mensch Zeit seines Lebens machen kann. Meine älteste Tochter hat am 27. Januar unser fünftes Enkelkind, Valentin Janne, zur Welt gebracht. Ich kann selbst als Großvater empfinden, wie emotional dieses Erlebnis ist. Geht ein Kindeswunsch auf natürlichem Weg nicht in Erfüllung, dann kann das, und die Kollegin hat das gerade eindrücklich geschildert, für das Paar eine riesige Belastungsprobe werden. Dennoch, ein Recht auf ein Kind gibt es nicht, denn eine Garantie auf ein Kind kann keiner geben. Aber die Medizin von heute bietet etliche Möglichkeiten, durch künstliche Befruchtung eine Schwangerschaft herbeizuführen. Damit stehen Paare mit unerfülltem Wunsch vor der Frage, ob und welche der Möglichkeiten, die uns die reproduktive Medizin bietet, sie in Anspruch nehmen wollen. Aber ehe Möglichkeiten der reproduktiven Medizin genutzt werden, müssen die Paare abwägen, ob und bis wohin sie sich mit dem Verhältnis von Belastung und Risiko einverstanden erklären wollen. Denn der Weg über die reproduktive Medizin ist kein einfacher Weg. Auch die Gesellschaft insgesamt muss die Frage nach dem Verhältnis von Nutzen, Schaden und Risiko beantworten, ehe sie entscheidet, welche Methoden sie zulässt, fördert und finanziert oder eben nicht. Gegenwärtig haben Ehegatten gemäß SGB V einen Anspruch auf die hälftige Finanzierung der Kosten für bis zu drei Versuche. Voraussetzung ist, dass die Maßnahme ärztlich indiziert ist, ein Aufklärungsgespräch über medizinische und psychosoziale Gesichtspunkte erfolgte und die Ei- und Samenzelle von den Ehepartnern stammen. Die Förderung gilt für Frauen vom vollendeten 25. Lebensjahr bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres. Der Mann darf das 50. Lebensjahr nicht vollendet haben. 2012 hat die damalige christlich-liberale Bundesregierung beschlossen, sich über die durch die Krankenkassen gewährte Förderung hinaus finanziell an den Maßnahmen der künstlichen Befruchtung zu beteiligen, anders als im SGB V für die erste bis vierte Behandlung. Der Bundeszuschuss fließt aber nur, wenn das jeweilige Bundesland mindestens in gleicher Höhe beschlossen hat. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass Nordrhein-Westfalen jetzt nach dem Koalitionsvertrag dabei ist, das vorzubereiten. Das verweist auch darauf, dass in der Zeit der vorherigen rot-grünen Landesregierung auch Nordrhein-Westfalen sich daran nicht beteiligt hat. 2015 wurde die Regel auf nicht-eheliche Lebensgemeinschaften ausgeweitet. Davon war schon die Rede. Aber in der Richtlinie der Bundesregierung heißt es, dass es sich dabei um eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau handelt, die auf eine längere Zeit und Dauer angelegt ist, keine weitere Lebensgemeinschaft zulässt und sich durch eine innere Bindung auszeichnet. Also nicht jede Beziehung, sondern Beziehungen, die diese Anforderungen erfüllen. Und dass nur Paare von einer Forderung profitieren können, die in einem Bundesland leben, das sich auch in gleicher Weise wie der Bund beteiligt. Ich finde, darüber werden wir sicherlich diskutieren müssen. Der Antrag geht in die Ausschüsse. Das wird dort zu diskutieren sein. Ich verstehe das Ziel, allen Paaren unabhängig vom Bundesland die gleiche Unterstützung zu garantieren. Aber bei Ihren anderen Forderungen bin ich wesentlich skeptischer. So fordern Sie eine finanzielle Förderung für die Nutzung von kryokonservierten Ei- und Samenzellen. Das ist ja besser bekannt unter dem allgemeinen Begriff Social Freezing. Wenn eine akute Erkrankung oder deren Therapie die Fruchtbarkeit eines Menschen nachhaltig beeinträchtigt, dann halte ich diese Möglichkeit als Arzt für geboten. Und ich bin auch für eine Diskussion offen, ob wir das in einem klar abgegrenzten Rahmen kodifizieren können, um Rechtsprechung durch den Sozialgerichtshof zu vermeiden. Das Bundessozialgericht hat dazu schon geurteilt. Manche Kassen folgen dem regelmäßig, andere nicht regelmäßig. Aber ich glaube nicht, dass man das Selbstbestimmungsrecht überstrapazieren sollte. Und insbesondere soll man Social Freezing nicht zum Instrument der eigenen Karriereplanung machen, weil man sonst in Gefahr gerät, das Recht des Kindes auf sein Wohl außer Acht zu lassen. Und ohnehin müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir alle technischen Möglichkeiten, die mit den rasanten Fortschritten in der Reproduktionsmedizin verbunden sind, einsetzen wollen, oder nur solche, die einen krankhaften Gesundheitszustand korrigieren. Wir können doch nicht auf der einen Seite für die Akzeptanz der Work-Life-Balance streiten. Besonders die jüngere Generation fordert die mit Recht ein. Eine Familienpolitik verfolgen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und gleichzeitig medizinische Eingriffe fördern, die den biologischen Zyklus völlig auf den Kopf stellen, weil die Natur nicht zur Lebensplanung passt. Ich glaube auch, dass Eltern wie Staat die Pflichten ernst nehmen müssen, die das Elternsein nun einmal mit sich bringt. Und diese starke Gewichtung des künftigen Wohls des Kindes hat nach meinem Verständnis – wir werden das diskutieren in den Ausschüssen – nicht den notwendigen Stellenwert, insbesondere bei ihrer Forderung nach der gleichberechtigten Ausweitung der finanziellen Förderung auf Alleinstehende. Natürlich gehen Beziehungen zu Bruch, auch solche zwischen Partnern, die ein gemeinsames Kind haben. Zur Realität gehört aber auch, dass viele Alleinerziehende mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen zu kämpfen haben, was etwa die Erziehung, die Fürsorge und die Vereinbarkeit eben dieser und den Beruf betrifft. Und das ist doch keine Konstellation, bei der wir uns jetzt als Politik hinstellen könnten und sagen könnten, das ist die ideale Umgebung für das Heranwachsen eines Kindes. Solche Konstellationen wollen wir politisch durch Förderung gezielter beiführen. Wir werden im Ausschuss sicher die Frage der Altersgrenzen diskutieren. Das hat sich ja nicht irgendjemand grimmig einfallen lassen, sondern die Altersgrenzen sind vom gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen definiert worden, mit Blick auf die biologische Situation, auf die Vermeidung von unnötigen Kinderwunschbehandlungen vor dem 25. Lebensjahr und mit Blick darauf, dass ihre Erfolgsrate nach dem 40. Lebensjahr rapide sinkt. Im Juli 1978, also vor fast genau 40 Jahren, kam in England das erste sogenannte Retortenbaby zur Welt. Seitdem hat die Reproduktionsmedizin eine rasante Entwicklung genommen. In Deutschland gibt es mittlerweile über 130 Reproduktionszentren. 2016 über 100.000 Behandlungen. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss? Ich komme zum Schluss. 2015 wurden mehr als 20.000 Kinder nach einer künstlichen Befruchtung geboren. 2011 waren es noch 7.000. Ich möchte, dass wir immer wieder hinterfragen, ob wir uns von dem, was im Labor möglich wird, treiben lassen wollen. Ich glaube auch hier, dass bewusste Entscheidungen benötigt werden. Das Mögliche ist nicht automatisch auch das Richtige. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Henkel.